Hallöchen, bei mir ist jetzt der liebe Marcel alias Cello von den lieben Berserks und ihr seid jetzt seit Winter 2017 erstmals wieder dabei und spielt um die Meisterschaft. Welche Titelambitionen hattet ihr? Also ich bin der erste Season bei Berserk, das heißt ich habe vorher auch noch nie auf den Finals gespielt oder war da auch noch nicht dabei und zwar bewusst, dass wir als Underdog reingegangen sind, aber wenn man hier hinfährt, dann will man auch gewinnen. Also klar, wir wollten gewinnen und ja, hat nicht geklappt und jetzt müssen wir weiter gucken. Wenn du sagst, es war jetzt dein erstes großes Finale, wie ist das so vom psychischen Druck her? Setzt das einen so enorm unter Druck oder ist es für dich, weil du hast ja schon Spielerfahrung oder sagst du es ist zwar eine neue Situation für mich, aber im Grunde genommen kann ich trotzdem meine Leistung abrufen. Also es ist jetzt nicht so psychisch gewesen, dass ich jetzt irgendwie nervös war oder sonst was, weil ich bin ja auch schon ein bisschen älter jetzt mittlerweile, das war die erste Finals, aber ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Also ich war jetzt nicht nervös oder sonst was, es ist einfach nur allgemein die neue Spielsituation, der Sound ist einfach anders, als wenn man zu Hause spielt. Man fühlt sich halt einfach ein bisschen anders, man muss damit erstmal zurechtkommen und dementsprechend denke ich schon, dass ich jetzt, ich habe jetzt nicht meine komplette Leistung abrufen, wie glaube ich jeder bei uns aus dem Team nicht, aber insofern war es schon neu, aber ich war jetzt nicht nervös oder sonstiges. Also das war insofern schon okay. Du hast gerade gesagt, ihr seid als Underdog ins Match eingegangen. War das für euch eher erdrückend oder hat euch das motiviert? Wie, was war da bei euch los? Also ich glaube eher, es war eher so, dass wir halt erleichternd rangehen konnten, dass wir gesagt haben, okay, also du musst dich anhören, aber niemand erwartet jetzt großartig etwas von uns von außerhalb, sodass die Leute halt eher davon ausgehen, dass wir sowieso verlieren werden. Insofern ist es eigentlich immer eher leichter aufzuspielen, was man jetzt vielleicht ingame nicht gesehen hat, aber ich glaube, psychisch war es sogar eher, eigentlich eher ein Vorteil für uns. Aber vielleicht haben auch andere, wie es bei den anderen Spielern jetzt letzten Endes aussah, dann ingame, weiß ich jetzt auch noch nicht, wie es dann so, da haben wir jetzt auch noch nicht so drüber geredet. Wenn du sagst, ihr seid lockerer an die Sache rangegangen, habt ihr dann vielleicht auch taktisch neue Sachen ausprobiert, beispielsweise als Vorbereitung für die nächsten Spiele, die anstehen, oder seid ihr eurer alten Linie treu geblieben und habt dieselben Taktiken wieder versucht? Naja, wir haben versucht, etwas freier aufzuspielen, als wir es in der Season zum Beispiel online gemacht haben. Aber wir haben jetzt uns keine besonderen Vorbereitungen, also wir haben uns jetzt nicht zwei Wochen lang auf den Gegner intensiv vorbereitet, weil wir wollten uns auch nicht zu verkopfen, was das angeht, weil wir wissen, dass wir halt hier gegen Fulltime-Teams spielen, wir sind halt kein Fulltime-Team. Und was die Vorbereitung angeht, haben sie eigentlich immer einen Vorteil, diese Teams uns gegenüber. Und deswegen wollten wir uns da einfach nicht zu verkopfen und einfach ans Spiel rangehen, unser Spiel runterspielen und haben versucht, das halt so gut wie möglich zu machen. Der Vorteil beim Gegner hat man ja schon in der ersten Map gesehen. Overpass ist leider 16 zu 0 für Alternate Attacks, aus eurer Sicht ausgegangen. Was war da los? Also wir sind sehr, sehr schwer ins Game gekommen. Also einerseits muss man ihnen auch erstmal lassen, dass sie sehr, sehr gut gespielt haben. Ich glaube, sie haben online auch, ich weiß gar nicht, gegen wen sie gespielt haben, aber haben sie ihr letztes Overpass-Official auch 16 zu 0 gewonnen. Aber bei uns war es auch einfach, wir haben erstmal versucht, zu unserem Default, unseren Standard zu spielen. Und wir haben es einfach nicht geschafft, ins Game zu kommen. Sie haben sehr gut dagegen gearbeitet, haben sehr gut ihre Utility benutzt und haben immer halt auch die Timings gefunden. Und wir sind einfach gar nicht ins Spiel gekommen und wir hatten einfach, wir haben diesen Schalter einfach nicht umgelegt, irgendwann halt mal etwas anderes zu spielen oder vielleicht auch mal etwas kompakteres zu versuchen, um sie halt auf dem falschen Fuß zu erwischen. Und dann war es halt irgendwann auch einfach schon zu spät. Also und dann kam halt die Pistel dazu, die CT-Pistel und dann war das Spiel vorbei. Und ja, wir sind einfach nicht so gut ins Game gekommen. Okay, die erste Map war dann gelaufen. Wie war es dann danach für euch als Team? War die Stimmung eher erdrückend oder habt ihr gesagt, kommt Jungs, wir haken das Ganze jetzt ab? Das war nicht unsere Runde und wir fokussieren uns jetzt wirklich komplett auf das zweite Game? Oder wie war das für euch im Team? Ne, also es war eigentlich, wir haben gestern schon, als wir darüber geredet haben über das Spiel heute, haben wir schon gesagt, selbst wenn wir halt die erste Map verlieren, sei es egal wie, so dann, wir haben immer noch zwei Maps vor uns, wir können immer noch ins Finale einziehen. Deswegen haben wir das versucht abzuschütteln. Ich glaube natürlich, dass es unterbewusst bei den Leuten schon immer, schon mit rein spielt. Also du hast gerade 16-0, das ist halt schon eine Hausmarke so. Und ich glaube, du bist dann einfach nicht mehr so confident. Also man hat auch auf den Fernhaut dann gemerkt, als wir in die Map gegangen sind, dass wir halt relativ früh auf unserer CT-Seite angefangen haben, halt sehr defensiv zu spielen und sehr passiv, was auch mit da mit rein spielt, dass wir halt eben Angst hatten, halt unnötig die Fracks zu verlieren. Wobei es eigentlich überhaupt gar nicht unser Spielziel ist. Also eigentlich hätten wir, hätten wir viel mehr so spielen müssen, dass wir sie halt einfach in ihrem Aufbau einfach stören, früh genug. Und wir haben, und das hat ja dann zum Ende hin, der Map. Also auf unserer CT-Seite haben wir es dann ja auch versucht und haben mehr Infospiele gemacht, auch aggressiver gespielt und dann wurden die Runden ja auch wenigstens mal knapper. Aber vorher, wo wir halt so passiv gestanden haben, hat man halt gemerkt, dass wir uns halt wirklich so ein bisschen Angst hatten und da hat halt einfach auch nichts funktioniert dann. Das hat man ja schon gesehen. Ich glaube, in Runde 10 auf Inferno ging es dann erst los bei euch ein erstes Lebenszeichen. Habt ihr intim im Chat irgendwie gesagt, okay Jungs, wir probieren jetzt mal was anderes aus? Oder was war der springende Punkt, dass der Schalter umgelegt wurde? Also wir hatten, ich weiß gar nicht, ob es eine Runde vorher war oder ein paar Runden vorher, hatten wir ja an eine taktische Pause gezogen und da hatten wir schon darüber geredet, dass wir einfach zu wenig Informationen hatten darüber. Also wir haben, immer wenn sie halt irgendwelche Bereiche eingenommen hatten, haben wir nie die Info geholt. Also es waren dann irgendwie noch 40 Sekunden zu Ende. Wir standen zu zweit auf B, wir standen zu dritt auf A und wir wussten letzten Endes überhaupt nicht, was los ist. So, die hatten auch alle, wir hatten keine Granaten mehr, haben die schon verworfen und dann haben wir halt darüber geredet, dass wir halt viel mehr Informationen brauchen und dann haben wir die Banane genommen, wie wir es eigentlich auch immer normalerweise gespielt haben. Und dann hat es auch besser geklappt letzten Endes. Also ich meine, wir haben letzten Endes nur zwei Runden trotzdem geholt auf CT, aber die Runden wurden wenigstens trotzdem knapper. Also wir hatten wenigstens eine Chance, die Runden zu holen, was vorher gar nicht der Fall war. Genau, das Match ist ja dann letztendlich 16 zu 7 ausgegangen. Ein kleiner Hoffnungsschimmer war zumindest am Ansatz zu erkennen. Was steht denn jetzt als nächstes für euch auf dem Plan? Also die Nine-Time-Damage-Liga läuft ja noch, da läuft es aktuell auch nicht so gut. Also wir stehen glaube ich auf dem fünften Platz, also da werden wir auch versuchen die Playoffs zu erreichen. Also die Top 4 auf jeden Fall, das ist immer noch das Ziel. Und wir spielen noch online in der Winners League, das ist eine Facet-Liga, da sind auch andere Teams wie Virtus.Pro sind wir da in einer Gruppe. Und ja, das sind so unsere Ziele, jetzt erstmal uns da noch gut zu präsentieren. Vielleicht noch ein paar Qualifier mitnehmen, ich weiß jetzt gar nicht, was noch so auf dem Plan steht, ehrlich gesagt. Muss ich selber erstmal im Kalender noch mal reingucken, aber ja, das ist so der Plan. Also wir jetzt einfach Nine-Time-Damage noch in die Playoffs schaffen, Winners League uns gut präsentieren, international auch, und dann gucken wir weiter. Gut, dann würde ich sagen, drücken wir die Daumen und danke dir für die lange Zeit. Vielen Dank auch. Gerne. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.